Hallo Kalikschuh, ich hoffe euch geht's gut und damit herzlich willkommen zu meiner Nail-Routine. Ich bekomme wirklich so oft auf Insta oder hier auf YouTube von euch Fragen und auch Komplimente zu meinen Nägeln, was mich mega freut, weil ich selber halt super viel wert aufgepflegte Nägel lege und es liebe, wenn die halt lackiert sind. Ich glaube, wenn ihr mich schon eine Weile lang verfolgt, dann wisst ihr, dass ich mich glaube ich in den letzten Jahren niemals wahrscheinlich ohne gemachten Nägel gesehen habe. Vielleicht einmal oder so, aber ansonsten ist da immer etwas drauf, weil ich es halt einfach total schön finde. Wir haben gerade 20.14 Uhr, ich habe meinen Lieblings-Hody an mich hier eingekuschelt, Jogginghose, hier noch irgendwelche bequemen Pushen dazu. Denn das ist so meine Zeit, die ich mir einfach gerne nehme, um meine Beauty-Routine in diesem Punkt durchzuführen, einfach ganz gechillt. Und heute ist es mal wieder soweit. Ich nehme euch mit, wie ich sie runter mache und auch wieder neu drauf mache. Also falls euch das Thema interessiert und ihr wissen wollt, wie auch ihr das super einfach hinbekommt, dann bleibt dran. Ich wünsche euch und mir ganz viel Spaß dabei und los geht's! Ich mache meine Nägel so circa alle 10 bis 14 Tage neu, dann sind die mir auch einfach ein bisschen zu weit rausgewachsen oder ich habe die Farbe satt und brauche da irgendetwas Neues. Ich bin momentan aber auch so obsessed mit dieser ovalen Form, ich finde es sieht so schick aus. Ich hatte davor irgendwie jahrelang immer diese Ballerina-Form, aber das hier geht noch einfacher und wie? Das zeige ich euch jetzt. Das hier ist jetzt so mein kleines Nagelstudio. Sieht auch viel aus, aber man braucht eigentlich nur ein paar Basics dafür. Ich habe ja mittlerweile echt viele Farben, weil das so ein bisschen ist wie mit Lippenstiften oder Bikinis. Es gibt so viele schöne, weil diese Farbe und diese, obwohl sie vielleicht alle rot sind, aber es sind unterschiedliche Rottöne, also brauche ich viele davon. Aber ja, lasst euch davon nicht irritieren. Kommen wir jetzt aber direkt zum ersten Schritt und der auch meistgestellten Frage, wie bekomme ich diese Nagellack wieder runter? Ich persönlich benutze für meine Nägel Neonail und Alessandro-Lacke und die haben jeweils verschiedene Lösungsmittel dabei, wie man die runterbekommen kann. Ich allerdings bin da viel zu ungeduldig dafür und deswegen knubbel ich die immer ab. An der Stelle nehme ich das nicht als bestes Beispiel. Ich würde immer erstmal empfehlen, probiere das genauso aus, wie es der Hersteller von euren Nagellacken sagt, aber ich mache es so. Ich nehme hier so ein Nageltool, was eine Spitze hier hat und mit der gehe ich an der Seite unter den Nagellack drunter und versuche da so Luft ranzubringen. Ganz vorsichtig, da muss man sich auch Zeit lassen. Aber das Ding ist halt, dass nach zwei Wochen Tragezeit bei mir das dann auch immer schon locker wird. Ich würde das jetzt nicht nach einem, zwei, drei Tagen machen, wo der Lack erst drauf ist, sondern wirklich dann, okay, ich merke, der löst sich auch langsam von alleine. Zack und ab ist er. Und so sieht mein Nagel dann da drunter aus. Klar, das ist noch nicht schön, da muss man erst noch ein bisschen pflegen, bevor da wieder was drauf kann. Aber ja, so sieht es eben ohne Nagellack aus. Beziehungsweise auch ohne Aufklebennagel. Denn ihr seht ja, der hat eine Square-Form und alle anderen und er davor war ja auch oval. Und das liegt daran, dass ich mir momentan, bevor ich den Nagellack drauf mache, erst noch Nägel aufklebe. Ich persönlich finde es mega gut, weil ich das Gefühl habe, das ist noch schonender für die Nägel. Und so muss man sich halt nie Gedanken über die eigene Nagelform machen, weil ich glaube, ich könnte niemals alle so perfekt in diese eine Ovalform shapen. Und deswegen klebe ich die momentan halt auf und ich liebe es. Und bei dem Kleber, den ich dafür benutze, zeige ich euch auch gleich, verhält sich halt genauso wie bei dem Nagellack. Nach zwei Wochen ist der halt einfach von alleine schon locker und lässt sich ganz einfach dadurch ablösen. Ich zeige es hier nochmal im Detail. Ich nehme dieses Tool und gehe mit der Spitze zwischen meinen eigenen Nagel und den Kunstnagel, den ich aufgeklebt habe. Und fahre damit einmal rundherum, links und rechts, sodass überall sich das ein bisschen anlockert am Rand. Dann auch ganz vorne hin zur Nagelspitze, dass sich das dann löst. Und sobald überall genug Luft drunter ist, lässt er sich ganz einfach abnehmen und es runter. Ja, die sehen jetzt noch ein bisschen rough aus. Da ist zum Teil noch Kleber drauf oder einfach ein bisschen eigener Nagel, minimal weggegangen oder noch Lack. Aber das lässt sich ganz leicht fixen. Dafür benutze ich einfach eine Pfeile von Ebelin. Das hat zwei verschiedene Seiten und da habe ich keine besondere Vorgehensweise. Ich feile jetzt einfach so lange, bis die wieder schön und smooth sind. Danach nehme ich mir nochmal eine softere Pfeile, die keine so grobkörnige Struktur hat, sondern wirklich so weich ist und gehe damit auch nochmal drüber. Hierzu habe ich jetzt aber echt kein genaues Tutorial für euch. Ich finde es auch tatsächlich ein bisschen unangenehm, anderen Leuten beim Nägelfeilen zuzuschauen. Und an dieser Stelle, ich bin kein Nagelprofi, weder Experte noch irgendwas. Ich mache einfach seit Jahren schon selber meine Nägel und das ist halt die Methode, wie es für mich funktioniert. Also, falls Leute und Leute, die es besser wissen können, schreibt es gerne hin. Aber lasst mir auch meine Routine, weil es funktioniert für mich halt perfekt so. So, fertig. Das hier sind jetzt meine Naturnägel. Ich finde, das geht voll klar dafür, dass die jetzt wirklich sieben Jahre, glaube ich, schon ununterbrochen immer irgendetwas drauf hatten. Und natürlich sind die ein bisschen angegriffen und vielleicht ein bisschen dünner, als sie sein können, wenn ich die Natur pflegen würde. Aber für mich ist es völlig in Ordnung. Nur damit muss man eben rechnen, wenn man halt immer wieder jahrelang irgendetwas drauf macht. Die Form meiner Nägel ist jetzt natürlich noch nicht perfekt gleichmäßig, aber dem widmen wir uns jetzt im nächsten Schritt. Und zwar den Aufklebenägeln. Da benutze ich von DM die Trended Up Nägel. Die haben eben diese ovale Form, die ich momentan so schön finde. Es sind zwölf Größen drin und 24 Nägel. Außerdem mit dabei ist da auch ein Nagelkleber, um die aufzubringen. Ich muss mal zugeben, den habe ich noch nie benutzt. Ich kann also nicht sagen, wie der tatsächlich ist. Ich benutze nämlich von Essence den hier, den Fix It Nail Glue. Den habe ich einfach davor schon für andere Nägel und bin mit dem halt voll zufrieden. Der hält bei mir eben diese zwei Wochen, deswegen habe ich den anderen einfach noch nie ausprobiert. So sieht das Set aus. Und hier suche ich mir jetzt für jeden Nagel die passende Größe aus. So, hier habe ich jetzt die passenden Größen für die linke und auch die rechte Hand. Die restlichen Größen bewahre ich jetzt einfach auch fürs nächste Mal, weil an manchen Fingern mir auch zwei verschiedene Größen passen würden. Oder ich tausche tatsächlich manchmal mit einer Freundin, die dann die Größen hat und ich bekomme ihre zum Beispiel kleineren oder so. Und dann, bevor ich die Nägel aufklebe, ist ganz, ganz wichtig, den Nagel nochmal richtig zu reinigen und zu entfetten. Auch wenn man diesen Partys skippt und dann direkt den Nagellack drauf macht, unbedingt reinigen. Denn wenn zum Beispiel die Nägelungen ein bisschen zu fettig sind, dann löst sich der Kleber oder der Nagellack danach schneller ab. Und das wollen wir ja nicht. Die linke Hand habe ich jetzt schon mal gemacht und hier seht ihr ganz gut einen Unterschied. Die sind halt jetzt deutlich länger. Für mich passt die Länge aber voll. Man kann die aber natürlich auch runterfallen. So, und wie trage ich die jetzt auf? Also, ich nehme mir diesen Kleber. Der hat hier vorne so eine Pinselspitze. Und dann trage ich den auf, als wäre das Nagellack. Aber erstmal nur auf einen Nagel. Einmal von hinten bis nach vorne. Schnappe mir dann den Nagel, den ich rausgelegt habe und drücke den hier drauf. Schön bis nach hinten ans Nagelbett. Und dann einfach festdrücken. So circa 10 bis 15 Sekunden lang. Und dann hält der Bomben fest. Deswegen ist es übrigens super wichtig, die Nägel schon vorher alle parat zu legen. Denn ihr habt ja gesehen, wie schnell das geht. Und wenn man die noch raussuchen müsste, dann wäre der schon längst wieder getrocknet. Deswegen alles immer vorbereiten. Und auch ganz wichtig, niemals zwischen die Finger bekommen. Also damit könnt ihr euch auch verletzen oder Finger an die Haut zusammenkleben. Das ist quasi wie Sekundenkleber halt nur speziell für die Nägel. Also aufpassen. Und nicht zu viel nehmen. Jetzt kommt der schwerste Part. Und zwar das Entscheiden für eine Farbe. Wie gesagt, habe ich immer Lacke von Neonail. Aber auch von Alessandro. Und mit beiden komme ich halt mega gut klar. Da ist mir aber ganz wichtig zu sagen, dass es natürlich alles mega tolle Produkte sind, die für mich voll gut funktionieren und für voll viele andere. Aber das halt nicht heißt, dass es auch für jeden von euch taugt. Ich habe zum Beispiel Freundinnen, die schwören auf Neonail, sagen, oh Alessandro hält bei mir gar nicht so lange. Aber andersrum genauso. Wie gesagt, bei mir halten beide voll gut. Deswegen kann ich nicht sagen, welches ich besser finde. Ich nehme einfach mal die Farbe, die ich halt gerade am schönsten finde. Werner von denen oder von denen. Aber habe es im Hinterkopf. Nur weil es zum Beispiel beim ersten Mal mit dieser einen Marke nicht klappt. Heißt das nicht, dass es generell nicht funktioniert. Also testet euch einfach durch, welchen Anbieter ihr davon vielleicht selber am meisten feiert. Und allgemein, das ist auch alles voll die Übungssache. Auch das Aufkleben. Aber beim ersten Mal waren bei mir auch alle krumm und schief. Und ich habe gedacht so, uh, weiß ich nicht. Aber das ist wie bei allem, was man neu beginnt. Vor allem im Beauty-Bereich. Man muss es ein bisschen üben. Schwer an sich ist es nicht. Aber ein bisschen Übung gehört einfach dazu, bis es perfekt aussieht. So, ich habe mich jetzt für eine Farbe entschieden. Bevor ich die beauftrage, gibt es noch zwei kleine, kurze, wichtige Schritte. Erstens ziehe ich meinen Schmuck aus. Das gehört nicht dazu, aber das fühlt sich irgendwie besser an. Denn als nächstes trage ich dann immer Sonnencreme auf. Denn unter die Lampen, unter die man dann die Hände hält zum Aushärten, also den Lack zum Aushärten, ist ja UV-Licht. Und wie wenn man sich draußen lange in die Sonne legt und dann eben Sonnencreme aufträgt, mache ich das eben auch einfach hier auf meine Hände, um die zu schützen ein bisschen. Nicht auf die Nägel, da soll kein Fett drauf kommen. Aber so hier auf die Finger und den Handrücken. Das riecht so gut. Erinnert mich an vor ein paar Wochen, als es noch schön warm draußen war. Und jetzt ist so ein Sauwetter. Ich meine, jetzt ist es eh dunkel draußen. Wir haben auch schon halb zehn mittlerweile. Ich lasse mir aber auch immer richtig viel Zeit dabei. Also klar, jetzt brauche ich auch länger, weil ich filme. Aber ich genieße es auch voll so als Me-Time. Und mache jetzt auch gleich Videos nebenher an und genieße es einfach und mache halt einfach langsam. Aber man könnte es definitiv schneller hinbekommen. So. Und der zweite, letzte Schritt ist, dass ich nochmal hingehe mit einer Pfeile und diese Plastiknägel ein bisschen anraue. Einfach ganz grob dann nochmal drüber gehe. Denn die sind halt übelst glatt. Und wenn ich das nicht mache, dann ist mir schon ein paar Mal passiert, dass dann der Nagellack einfach irgendwann im Ganzen abgesplittert ist davor, weil die halt komplett glatt sind. Und wenn ich die anraue, dann verbinden die sich irgendwie besser und dann passiert mir das nicht. Das hier ist jetzt die Kombi, die ich benutzen will. Einmal ein Weiß. Und darüber gebe ich dann noch das hier als Topcoat. Der heißt Schimmershell. Und wie der Name schon sagt, glitzert der Haar so richtig pretty. So, und dann geht's los mit dem Lackieren. Und das funktioniert im ersten Schritt eigentlich ganz normal wie bei jedem Nagellack. Also einfach die Farbe in dünnen, gleichmäßigen Schichten möglichst akkurat auftragen. Ich finde diesen Part immer so satisfying. Und ich gehe dann übrigens immer nochmal hin und gehe über die Spitzen, über den Rand vom Nagel vorne so drüber, damit einfach alles schön eingeschlossen ist. Und dann härte ich die Farbe unter der Lampe aus. Und da ist es abhängig davon, welchen Anbieter ihr benutzt. Manche müssen 60 Sekunden aushärten, manche 90. Dann müsst ihr einfach schauen, für wen ihr euch entscheidet und dann die Gebrauchseinweisungen lesen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, aber das ist so richtig meine Me-Time. Ich finde es mega satisfying, die Nägel so richtig schön zu lackieren und nebenbei einfach so ein bisschen zu entspannen. Ich finde es richtig, ja, meditativ schon fast. Sobald der Lack ausgehärtet ist, klinge ich meine Nägel nochmal ab und dann haben wir dieses wunderschöne Endergebnis. Oh, die sind so perfekt geworden. Und vor allem im Vergleich zu vorher lässt es sich auf jeden Fall sehen. Es sieht so toll aus. Mir persönlich geben gemachte Nägel auch irgendwie immer so voll den Confident Boost. Und ich fühle es einfach, wenn ich damit so klackern kann mit den Nägeln. Ich liebe das Geräusch. Aber lasst mich mal wissen, ob es euch auch so geht und wie ihr das Ergebnis findet. Oh mein Gott, ich fand es irgendwie so cool, mal was anderes mit euch zu teilen außer DIYs. Also mir hat es mega viel Spaß gemacht. Und wenn ihr das gerade hier noch seht, dann kommentiert mal diesen Emoji hier. Ich versuche jetzt immer ganz fleißig alle durchzuliken, die das kommentieren, weil es einfach so ein krasser Support für mich ist. Deswegen ganz Dankeschön, ganz viele Likes an euch. Und dann kommen wir noch zur Videofrage, die von ConnieMarx2646 kam. Sie wollte wissen, was machst du an Halloween und als was verkleidest du dich? Tatsächlich schmeißen wir dieses Jahr bei uns hier zu Hause an Halloween eine kleine Party. Und ich freue mich schon mega drauf. Ich werde als Teufel gehen, denn ich habe mir vor ein oder zwei Jahren die Hörner hier mal bestellt. Extra für mein Halloween-Video oder bei H&M gekauft. Kann das da? Ja, ich glaube die Farbe von H&M. Und seitdem hätte ich die nur bei Videofilmen auf, aber ich will endlich mal als Kostüm auch ein Teufel sein. Und das werde ich dieses Jahr. Falls ihr übrigens noch Inspo braucht für Halloween, dann schaut unbedingt bei meinem letzten Video vorbei. Da habe ich euch nämlich richtig coole DIYs, Deko und Food-Inspo hochgeladen. Ich liebe das Video, das ist so cool geworden. Das verlinke ich euch einfach in der Infobox. Und da findet ihr übrigens auch den Link zu meinem Lieblingspullover. Eigentlich kann ich das auch wieder anziehen, weil es kalt genug leider draußen ist. Aber das ist das Gute daran. Das ist der DIY-Club-Hoodie. Und den gibt es übrigens gerade, ich glaube noch viermal in unserer Too-Good-To-Go-Kategorie auch reduziert. Dass der Print dann so minimal beschädigt. Aber wenn es nicht stört und es ein bisschen günstiger haben will, schaut einfach da gerne vorbei. Immer der erste Link ganz oben in der Infobox. Ansonsten nicht vergessen zu abonnieren, damit wir uns in meinem nächsten Video nächste Woche wiedersehen. Und ich gehe jetzt schlafen. Wir haben nämlich 23.14 Uhr. Deswegen macht's gut, Leute!